Oder schluss bis bei den Eck. Englisch bis bei den Eck. Und dann müsste... Ich muss mich einzusetzen. Schon hat der Kopf gespielt. Ich habe noch zwei Sekunden. Das war immer schlimm. Kannst du nur noch... Ab dem Block... Und dann Emi raus. Nee, Christoph. Du musst auch so dumme Sachen. Weil sie gefallen. Ha, ha, ha!